Der kleinere der beiden Regierungspartner, die Grünen, machen ganz offensichtlich keinen Hehl aus ihrer politischen Grundgesinnung. Im Gegenteil, sie machen Kommunisten salonfähig, sie machen Linksextremisten salonfähig. Mehr dazu aber gleich nach dem Intro. Vorab einmal herzlich willkommen den vielen neuen Abonnenten auf unserem Kanal. Ich gehe davon aus, dass wir diese Woche noch die 30.000 knacken werden. Ich bin eigentlich überzeugt davon. Wer ebenfalls informiert bleiben möchte, bitte ein Gefällt mir da lassen, ein Abo klicken und wem es nicht schnell genug gehen kann, natürlich die berühmte Glocke aktivieren. Wenn man von Kommunisten hört, dann denkt man so an die 40er und 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts zurück und vielleicht abgesehen von Graz ist es ja tatsächlich auch der Zeitraum, in dem die Kommunisten bei uns zumindest eine kleine Rolle im parlamentarischen Betrieb gespielt haben. Aber danach war es mit den Kommunisten ja bekanntermaßen relativ schnell zu Ende. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo die Grünen Anfang der 80er Jahre dann wieder ins Parlament eingezogen sind und offensichtlich die Aufgabe der Kommunisten übernommen haben. Interessant ist, dass diese Kommunisten auch jetzt sozusagen wieder fröhliche Urständ in den wichtigsten Bereichen unseres Landes feiern können. Einfach deswegen, weil die Grünen mit ihrer Ministerin Gewessler dafür sorgen, dass diese Personen, die eine derartige Gesinnung in sich tragen, entsprechend hochkarätig agieren können. Und das Erstaunliche daran ist, dass gerade die bürgerliche Partei oder selbsternannte bürgerliche Partei ÖVP noch dabei mithilft, diese Kommunisten salonfähig zu machen und die Ministerin Gewessler auch mit den entsprechenden Geldern ausstattet, dass sie ihre super linksextremen Freunde in allen möglichen Positionen hieven kann. Worum geht's? Es geht um eine sehr, sehr verhaltenskreativ, um das neudeutsch und politisch korrekt zu formulieren, um eine sehr, sehr verhaltenskreative Beraterin der Ministerin und zwar eine gewisse Katja Thiel. Das ist jene Dame, die bei uns im Ministerium eine Beratungsstelle für die Forschungsagenden innehat. Das heißt, ist auch sozusagen mit meinem Ausschuss in weitestem Sinne verbunden. Und die hat mit einer Aussage aufhorchen lassen, die schon sehr, sehr spannend ist und zwar hat sie davon gesprochen, man müsse den Deutschen den Traum vom Auto und vom Eigenheim nehmen. Also das zeigt schon ganz klar, in welche Richtung es geht und das zeigt vor allem auch, dass ich mit meinen vielen Videoblogs, die ich in diesem Zusammenhang schon gemacht habe, wo es um einen Umbau der Gesellschaft geht und so weiter, wohl nicht ganz falsch gelegen bin. Die Frau Thiel geht aber auch noch einen Schritt weiter, weil sie spricht auch davon, dass nur der Kommunismus eine ordentliche Zukunft für alle garantieren würde. Also wer es bis dato noch nicht geglaubt hat, muss sich zumindest an diesem Zitat einmal stoßen. Und vielleicht auch einmal ein kleiner Disclaimer an der ÖVP. Ihr habt in eurer Regierung Menschen sitzen, die ganz offen mit dem Kommunismus liebäugigen vielleicht einmal darüber nachdenken, ob man dieses Spiel nicht vorzeitig beenden sollte. Aber wie gesagt, die Autos von ihren Fahrzeugen befreien und von ihren Eigenheimen. Dieser Traum muss zerstört werden, das sagte Frau Thiel und gleichzeitig berät sie die Ministerin Gewässler. Und genau das ist der springende Punkt, denn in diesem Zusammenhang erkennt man vielleicht auch, warum gewisse Dinge in unserem Land laufen, wie sie laufen. Warum einfach Straßenbauprojekte mutwillig eingestampft werden. Warum man eigentlich überhaupt nicht willens ist, den Menschen in der momentanen Kreditkrise zu helfen. Warum es hier keine Programme und keine Konzepte gibt. Warum diese ganze Bodenversicherungsdebatte immer vorgeschoben wird. Und das ist eigentlich fast schon zynisch, denn wenn wir immer mehr Zuwanderer in unserem Land haben, dann werden wir auch immer mehr Wohnraum benötigen. Und Wohnraum ist gleich Bodenversiegelung. Also wenn man gegen die Bodenversiegelung was machen möchte, dann müsste man eigentlich an der Zuwanderungsschraube drehen. Das aber nur nebenbei. Aber man sieht, wenn die Ministerin Gewässler sich mit derartigen Beraterinnen umgibt, dann weiß man einfach, wo die Reise hinführt und warum Dinge so laufen, wie sie sind. Und genau deswegen ist hier auch Vorsicht geboten. Und genau deswegen schauen wir uns das ja auch immer alles im Detail an. Aber ganz grundsätzlich kann man vielleicht noch davon sprechen, dass die Grünen ganz offenbar ein Demokratieproblem haben. Denn wir haben erst vor kurzem die Aussagen des Herrn Bundespräsidenten gehört, der davon gesprochen hat, einen Herbert Kickl, der auch wenn die FPÖ stärkste Partei wird, nicht automatisch von ihm mit einem Regierungsbildungsauftrag betraut werden würde. Das muss man sich einmal vorstellen. Also er sagt bereits jetzt, dass er die Mehrheit, also so die FPÖ natürlich stärkste Partei wird, aber dass er die Mehrheit in diesem Land ignorieren würde, nur um seine eigene politische Gesinnung und sein Gewissen, wie er es gesagt hat, irgendwie in Einklang zu bringen. Also politische Üsshausen und politische Gewohnheiten und Praktiken, die die letzten Jahrzehnte diese Republik zu der gemacht hat, wo sie es ist, sind jetzt scheinbar vergessen. Es ist mittlerweile en vogue geworden, für seine politische Gesinnung auf Mehrheiten zu pfeifen. Die Grünen kommunizieren das ganz, ganz offensichtlich und auch ohne Genierer jeden Tag in irgendeiner Art und Weise heraus. So auch die von uns allen sehr, sehr geliebte Klubobfrau der Grünen, die Frau Maurer, die zuletzt auch wieder davon gesprochen hat, dass wenn die FPÖ stärkste Kraft werden würde, müsste das aus ihrer Sicht nicht zwangsläufig heißen, dass ein FPÖler auch Parlamentspräsident werden würde. So wie es aber eigentlich die letzten Jahrzehnte immer üblich war, dass die stärkste Partei im Nationalrat selbstverständlich auch den ersten Nationalratspräsidenten gestellt hat, der jetzt übrigens mit Wolfgang Sobotka nicht schlechter besetzt sein könnte, wie man ja ganz offensichtlich jeden Tag erkennen kann. Ja, also die Grünen würden auch einen freiheitlichen Nationalratspräsidenten nicht wählen wollen. Das heißt auch hier wiederum legt man sich natürlich mit der Mehrheit an, hier pfeift man drauf. Hier macht man eigentlich aus kleinen Miniaturparteien einen relativ großen Wirbel. Und ich bin ja froh, dass nicht alles, was in diesem Land politisch passiert, zumindest nicht in der Koalition, dass die nicht für alles irgendwie heranzuziehen sind und vor allem nicht besonders relevant. Aber nichtsdestotrotz, es ist wichtig zu verstehen, wie die Grünen tippen, wie die Grünen mit Demokratie umgehen und was sie bereit sind zu tun. Das sollte uns eine Meinung sein, denn die Grünen sind bereit alles zu tun, um ihre Ideologie umzusetzen. Und das ist die große Gefahr, die man hat, also das, wovor man bei der FPÖ immer gewarnt hat, machen in Wirklichkeit die ganz, ganz Linken und das sollte man einfach nur wissen. Zum Abschluss gibt es aber doch eines, was mich das Ganze ein bisschen lockerer sehen lässt und zwar der Umstand, dass es auch schon einmal, dass der Wähler immer Recht hat und das hat man in dem Jahr 2017 gesehen, weil da gab es schon einmal eine Wahl, wo der Wähler gesagt hat, also liebe Grüne, wir brauchen euch für viel, aber jedenfalls nicht im Parlament. Und damals sind die Grünen bekanntermaßen an der 4% hürdig gescheitert. Und ich hoffe tatsächlich, dass das auch wiederum eine Option für die Zukunft ist. Man kann ja die Grünen ganz einfach wieder aus dem Parlament entfernen. Das wäre wahrscheinlich die einfachste Lösung, um hier irgendwelchen antidemokratischen Strömungen entgegenzuwirken und vor allem einer Renaissance des Kommunismus in unserem Lande. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann morgen. Die Ibiza-Affäre hat die österreichische Innenpolitik im Jahr 2019 nachhaltig aufgewirbelt. Alexander Van der Bellens Aussage, so sind wir nicht, galt bald nach Beginn des Untersuchungsausschusses und den Ermittlungen der WKSDA gegen die ÖVP als überholt. Es offenbarte sich ein tiefer Staat, errichtet von der türkisen ÖVP. Doch diese ist gescheitert. Die türkise Familie ist in Auflösung begriffen. Christian Hafenecker konnte gemeinsam mit seinem Team im Untersuchungsausschuss Unmengen dazu beitragen, dass die korrupten Machenschaften aus dem türkisch-schwarzen Umfeld schonungslos an die Öffentlichkeit gelangen. Der Untersuchungsausschuss hat bewiesen, dass nicht die Mächtigen korrupt geworden sind, sondern die Korrupten mächtig. Seine Eindrücke, seine Rückschlüsse, sein Fazit hat er in seinem Buch So sind wir kompakt zusammengefasst. Sichern Sie sich jetzt gleich Ihr Exemplar der dritten Auflage unter www.hafenecker.at und erhalten auch Sie einen spannenden Einblick in den tiefen Start. Wer schnell ist, erhält solange der Vorrat reicht sogar ein Buch mit persönlicher Signatur von Christian Hafenecker.